Komisch. So, dann gucken wir mal, hat es denn neue Quests da? Ne, halt, Quests sind hier. Nö. 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 Was habe ich denn dann so als Quests? Gange, da habe ich momentan gar keine. Das heißt, ich kann jetzt ganz andere Quests machen. Geil. Okay, dann fangen wir doch mal hier an. Jagd Nadelkäfer. Eine Art große Skorpione im Ödland hat sich gefährlich schnell vermehrt und bedroht die Umwelt. Du musst sie schnell für uns dezimieren. Nein, du kriegst keine neue Frisur. Nö. Wann ist mit dem Menü? Diese Option kannst du Kampfeinstellungen ändern. Oh, cool. Priorität, du bist Heiler. Dein Kampfstil. Bei Sicht angreifen, bei Kampfbeginn angreifen. Kampfbeginn angreifen. Regelmäßig heilen, bitte. Den Rest mache ich. Wiederbeleben, würde ich sehen. Was ist Stäusch? Sei niedlich. Was soll immer das bringt. Was soll immer das bringt. Hm. 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 So, wie komme ich jetzt in das Ödland? Das ist jetzt die nächste Frage. Ha. Di, 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 di. Ladebalken, Ladebalken. Ach, diese Ladezeiten sind echt nicht von 2018. Aber ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt schon mal. Hast du gesagt, was ich? Master! Ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt schon mal. Ladebalken. Ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt schon mal. So, wie gut ist es? Das ist gefährlich, was ich? Was sind wir mit Daisy und Maigo? Master? Ich habe meine Bewegung über die Bewegung, die ich verletze. Ich habe keine Angelegenheit für mich. Ich bin mir sicher. Ich habe keine Angelegenheit für dich. Ich habe keine Angelegenheit für mich. Ich habe mich überlegt, Master. Ah! Du bist der Master Maigo? Diese Maigo ist der Typ X wie deinem Daigy-Chan. Der Typ X-Larer-Larer. Der Typ X-Larer-Giigi. Okay? Du hast eine Wase gehört. Ich weiß nicht, was ich. Ich bin ein Glück, Nubie. Aber ich weiß nicht, dass ich die Glück, wenn ich weiterfahre. Wenn ich mich verletze, dann kann ich jemanden verletzen. Ich weiß nicht, Apfasis. Ich weiß nicht, dass ich Type-X benutze, aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht. Hmm... ...ist es. Oh, keine Niveau, sondern auch nur Popular. Sie sind auch noch mehr als Master der Schulden. Sie können es sogar auch alle Unterstützung ist. Es ist egal, was... Ja, das ist in Sicht von SAO ein Buch. Solange Sie es? Es ist Ihr Buch! ... Ich gebe mir meine Bestes, das zu beschützen. Vielen Dank! Ich weiß, dass ich meine Namen nur für Master. Ja, das ist das. Bitte schön, Dei-chan. Bitte schön, Dei-chan. Schön, Dei-chan. Ich weiß nicht, dass es zwei Personen gibt. Aber ich weiß, dass es als Type-X-Type ist. Ich weiß nicht, dass ich mich als Type-X-Type habe. Ich weiß nicht, dass ich mich als Type-X-Type habe. Ich weiß nicht, dass ich mich als Type-X-Type habe. Ich weiß nicht, dass ich mich als Type-X-Type schreibe. Ich weiß nicht, dass ich mich als Type-X-Type schreibe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht sagen kann. Ach ich denke, dass ich mich als Early Dad träume. Das ist für mich ein paar Jahre lang. Ich weiß nicht, dass du dich vorst bin, die Alta Show muss. Ich habe in einem Moment einzufrieden. Ja, ich habe auch noch einen Zeitpunkt. von korea titel ich lasse mich selbst da rein sehn hey sehn bist du da ich bin's korea ich will dich etwas fragen ich warte auf dich in deinem zimmer beeile dich und ich komme schon wieder nicht dazu in den dungeon reinzugehen dann schauen wir mal was die gute damen gerne möchte wenn sie jetzt nicht nackt da liegt dann bin ich enttäuscht oh ja absolut genial ja im so nach 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 Das ist das, was ich? Ich könnte nicht mehr die Püren haben, aber ich wäre einfach wie bei uns. Herr, ob ich mich nicht mehr als Püren habe, was ich nicht mehr als Püren haben? Wenn wir das Püren haben, können wir können das Püren haben, oder die Kugel oder die Kugel werden können. Vielleicht kann ich auch nicht ask. Entschuldigung, das ist das Püren von der ÄpfASIS-Deczene Wäste. Typ X独自 ist es. Herr, bitte, bitte. Best starten, Arthasys-Teile. Segen Gebietsboss. Muss ich hier hinkucken, kann ich da jetzt eine Mannschaft mitnehmen, oder? Oh, bitte nicht so viel Gerede. Da bin ich meine, Leute. Beine greifen die Spieler an, die am meisten Hass angesammelt haben. Der Grüß müsstest du Informationen austauschen. Was ist, wenn du nützlich empfohlen? Nein! So, um... Nein! Ach, Mann! So, ich will jetzt mal versuchen, ob ich ihn teleporte kann und einfach in irgendeinen Dungeon reinfliegen kann. Ich will jetzt eigentlich mal ein bisschen Action! Ich hab mir ein Spiel zum Spielen und nicht nur, um Gerede anzuhören. Mann! Ups, Achtung! Gleich wieder da. Jetzt mal wieder aus irgendeinem Grund diese Elgato zerschossen. Ich weiß es nicht, wieso das immer wieder passiert. Irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht ganz. So, bei mir ist das Bild schon wieder da. In OBS, also im Stream müsste es auch gleich wieder da sein. Da. So, irgendein Grund zu schießen ist immer kurzzeitig das OBS-Bild, also von der Elgato. Reliktölten ist. Gucken wir doch mal, ob wir da hin müssen, um die Quest von gerade eben zu machen. Katzen machen Geräusche. Ladezeiten, du Hölle! Mein verdienten Erfahrungspunkte ist den Sieg über Gegner. Wenn du genug davon gesammelt hast und zur SPC-Glocken zurückkehrst, kannst du dein Level erhöhen. Dies erhöht deine LP und gewährt dir Anpassungspunkte, die zur Erhöhung eines der sechs Werte benutzt werden. Wenn du deine Karte im Hauptmenü öffnest, kannst du schnell zu den verschiedenen Orten im GGO reisen. Wähle auf die Karte einen Ort in der Zielortliste aus. Mehr reisen kann nicht während des Kampfes genutzt werden. Du kannst auch Options drücken, um die Karte zu öffnen. Wenn du dich Orten wie Dungeons näherst, werden sie deiner Zielortliste hinzugefügt. Du kannst also immer erst zur SPC-Glocken zurückkehren und dich vorbereiten, bevor du dich in deinen Dungeon wagst. Oh, wir sind offiziell Freunde. Okay, die lesen wir aber nicht jetzt, die ganzen Dinger. So. Oh, wir sind es echt gefühlt. Ja, nett sich. Boah das ist großer Oh da ist nochmal ein Gegner, oh da sind sie So wo ist der Gebietsboss, oben irgendwo Oh Woohoo Oh 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 Ich glaube so ein PC ist schon ein bisschen besser zu spielen Ja endlich geht's ab in den Dungeon Bäm bäm Darauf habe ich gewartet Oh 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 Tom Right Got it Get Get pied Das war's für heute. Oh So, die bleibt doch nur das, nur gut. Na ja? ist noch einer oh oh wer will noch da unten oder die richtigen Hä? Bleiben die jetzt da unten oder? Ja gut, dann habt ihr halt echt Pech gehabt. Eine Güte. Hä? So, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Hä? Dachter, waren wir schon, oder? Dann müssen wir jetzt einen anderen Weg gehen. Und dann schauen wir mal, was ich? Oh! Ich bin so, was ich? Hm. Oh! Ich bin so, was ich? Ich bin so, was ich? Ich bin so, was ich? Jaaaay! Küsste! Lut! Und stop! Woah! Woah! Oh, ist es so ein weiterer? 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 Oh, ich wusste doch das dann, der Kiste. Ah! So! So! Woah! Ich hab gar nicht kurz gedacht! So! Äh! Wo ist hier der Puls? Ach da! Auf geht's! Tada! That's it! Uh! Du! Oh. Okay. Ja, dann sehen Sie ihn. Oh! 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 Oh. seine Schocken... oh! Kampchen! Oh shit! Daaamn 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 Na wa? Daaamn aber buchstuhl shit Oh Down Come son Come on Ja man, er ist besiegt. Ja, wir haben den ersten Dungeon gecleared. Ja, endlich noch ein bisschen Action zum Schluss. Ja. 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 Ja, beide erwischt. Juhuhu. Ja. 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 Okay, cool. Instant of level 6, instant. Läuft, 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 also das Level scheint da wohl ganz gut zu laufen. So, ähm. Ich hoffe das ganze hat jetzt mal gespeichert. Ja, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, wünsche euch viel Spaß und hau rein. Und danke an alle die im Stream zu geschaut haben. War wie immer schön mit euch. Tschaußen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.